Musik 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 Wettkommt, Gruppe 2! Wettkommt! Mitkommen! Mitkommen! Geil! Alle, alle, alle! Achtung! Achtung! Nicht ins Loch fallen! Achtung! Beware of the holy hole! Nicht ins Loch fallen! Achtung! Mitkommen! Nicht fallen! Bitte nicht stürzen! Achtung! Achtung, Achtung! Nicht ins Loch fallen! Bitte nicht stürzen! Achtung! 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 Das ist so eine Lüpfung, die du kennst. Das ist so eine Lüpfung. 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 Die Lüpfung. Im Gottes Namen. Aber nun komm auch! Wie sie meine... Das ist nämlich so zu leider. Ihr sollt's recht sein. Nein! 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 Oh, nein! Musik Spendieren Sie mir ein, wenn Sie möchten. Musik Sind Sie häufiger hier? Nein, ich bin heute hier ganz zufällig. Weshalb lesen Sie? Das ist mein Beruf. Weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Wissen Sie, das passiert mir so oft. Ich denke nach. Sehr gut nach. Und dann vergesse ich einfach das, was ich sagen muss. Ja, sehen Sie? So geht es einem. Sie haben doch sicherlich schon einmal die drei Musketiere gelesen. Nein, aber ich habe den Film gesehen. Gut. Und da kommt doch dieser Portus vor. Der Portus. Ach nein. Das war nicht im Lindramusketieren. Das war 30 Jahre später nach. Aber der Portus. Der Portus ist groß, stark und blöd. Verstehen Sie? Blöd. Der hat in seinem ganzen Leben noch nicht einmal gedacht. Und dann bekommt er diesen Auftrag, in einem Kellergewölbe eine Bombe zu platzieren. Und er nimmt den Auftrag an. Und er geht in das Kellergewölbe und er legt die Bombe und er zündet die Lunte an. Und dann will er sich natürlich aus dem Staube machen. Und als er läuft, fängt er plötzlich an zu denken. Und woran denkt er? Er fragt sich, wie es kommt, dass er einen Fuß vor den nächsten setzen kann. Das ist ihm doch bestimmt auch schon mal passiert. Und dann? Dann kann er nicht mehr weiter. Dann kann er nicht mehr laufen. Dann kommt er nicht mehr vorwärts. Er kann nicht mehr. Er kommt einfach nicht mehr weiter. Und alles fliegt über ihm in die Luft. Das ganze Kellergewölbe. Auf seinen Schultern. Und er hält ihn noch. Er hält ihn noch auf. Weil er ist ganz stark. Und das schafft er vielleicht einen Tag. Vielleicht schafft er das zwei Tage. Das weiß ich nicht mehr. Und irgendwann kann er auch das stärkste nicht mehr. Und was passiert dann, wenn er nicht mehr kann? Dann er drückt ihn. Er drückt ihn das ganze Gewölbe. Verstehen Sie? Verstehen Sie, was ich meine? Was ich zu Ihnen sage? Das Beispiel. In dem Moment, wo er anfängt zu denken. Da stirbt er. Warum? Warum erzählen Sie mir solche Geschichten? Ja, einfach nur so. Um irgendwas zu sagen. Ach so. Ich finde, man sollte am besten gar nichts sagen. Ich finde, man sollte lieber still leben. Ich finde, je mehr man sagt, desto weniger bedeuten die Worte. Ja. Ja. Aber ist das möglich? Das weiß ich auch nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht. Dabei? Mich aber. Ja. Ja bitte. Ja bitte. Ja. Dabei müsste es doch wirklich angenehm sein, zu leben ohne zu sprechen. Ja. Doch. Das doch. Das wäre so schön. Das wäre wirklich so schön. Ich glaube, da würde man sich wirklich viel mehr lieben. Ja. Aber das ist ja gar nicht möglich. Das hat ja bisher noch nie jemand geschafft. Ja. Verstehe ich mich. Verstehe ich mich. Ja. Ja. Das hat bisher noch nie jemand geschafft. Hm. Ja. Ja. Ja gut. Genau. Da muss man hinkommen. Da muss man hinkommen. Sich so auszudrücken, dass man auch verstanden wird. Das ist doch eine großartige Sache. Ich meine, das ist wirklich eine großartige Sache. Da gab es einen Mann, Plato. 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 Und der hat vor Millionen, wollte ich schon fast sagen. So fühlt sich das an. Vor tausenden von Jahren hat er gesprochen. Und das war auf Griechisch. Und wir kennen manchmal die Sprache der Zeit. Ich meine zumindest nicht genau. Und da hat er Sachen gesagt, die wir heute noch verstehen. Ich meine, da muss man mal hinkommen. Da hinkommen. Sich so auszudrücken, dass man verstanden wird. Das kann man ja sonst auch aufschreiben. Aber das Sagen, das Sagen, das ist notwendig. Aber warum muss man denn sich ausdrücken? Ja, weil man denken muss. Und ohne sprechen kann man nicht denken. Und ohne zu sprechen, da kann man sich auch nicht mitteilen. Das ist das menschliche Leben. Ja, aber das ist ja schrecklich, das menschliche Leben. Da muss es so angenehm sein, zu leben. Ja, ich finde Ihre Geschichte von den drei Musketieren, die ist vielleicht très très beau, une terrible, non ? Oui, c'est terrible. Aber das ist doch auch ein Hinweis. Das ist doch ein Hinweis, dass man, also ich glaube einfach, dass man eine gewisse Zeit auf das Leben verzichtet haben muss, damit man richtig gut sprechen kann. Ich glaube, das ist geradezu der Preis. Ja, das heißt, man wäre ja sprechen. Ja, ja genau. Sprechen, das ist fast eine Art Auferweckung. Ich glaube, dass man das Leben, dass man den Tod hinter sich gebracht haben muss, um, weil ich rede von dem Tod, dem man sterben muss, dem man stirbt, wenn man ein Leben lebt, ohne zu sprechen. Können Sie mir, ich weiß nicht, ob ich mich verständlich mache, ob ich mich verständlich ausdrücke, aber es gibt doch im geistigen Leben so etwas wie eine Art Rhythmus, der, der bewirkt, der Rhythmus, der bewirkt, dass man das Leben mit Distanz betrachtet. Mit Distanz? Aber man kann doch das tägliche Leben nicht mit Distanz betrachten. Doch. Und zwar, wenn man pendelt hin und her vom Sprechen zu schweigen und wieder zurück, ja? Ja. Also, um das tägliche, um das Leben mit dem Gedanken zu akzeptieren, muss man aufhören zu sprechen. Das heißt, das Leben, das zu elementare Leben, muss man hinter sich lassen. Man muss es töten, um dann das Leben mit dem Gedanken zu akzeptieren. Verstehen Sie? Man muss es töten. Ja. Aber ist denn, ich meine, meine Frage ist doch noch immer, ist Sprechen und Denken dasselbe. Ja. Ja. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube, es ist eine alte Idee von Plato. Und ich glaube aber, dass man im Denken nicht unterscheiden kann, was Gedanke ist und was die Worte sind, um ihn aufzuwirken. Ja? Also analysieren Sie jetzt mal Ihr Bewusstsein. Analysieren. Sie können einen Augenblick des Denkens nicht anders erfassen als die Worte. Aber dann, dann laufe ich da ständig in der Gefahr, in die Gefahr. Ja. Indirekt. Soweit ich spreche, dass ich dann anfange zu lügen. Ja, aber die Lüge ist ja auch ein Mittel, um den Gedanken zu suchen. Ja? Und ich spreche jetzt nicht von dieser alltäglichen Lüge. Dieser Ollen-Lüge. Ja? Dieser Fünf-Uhr-Lüge. Wissen Sie so? Ha! Wir treffen uns morgen hier wieder um fünf. Und ich beabsichtige aber überhaupt nicht morgen um fünf hier zu sein. Ja? Das ist eine Kack-Lüge. Eine Spindelein. Ja? Ich rede von dieser, von dieser kaum bemerkbaren Lüge. Sich von dem Irrtum kaum zu unterscheidenden Lüge. Ja? Und das war, glaube ich, doch das Problem. Sie haben nach dem Wort gesucht, hatten Angst es nicht zu finden und wussten dann nicht mehr, was sie sagen sollen. Ich glaube, so ist es gewesen. Ja, aber wie kann ich denn sicher sein, dass ich das richtige Wort gefunden habe? Ja. Ja. Daran muss man arbeiten. Das Notwendige so zu sagen... Das Notwendige so zu sagen, na klar. Das Notwendige so zu sagen, dass es richtig ist und richtig heißt, dass es nicht verletzt und genau das sagt, was gesagt werden muss. Ja, gut. Ja. Das bedeutet ja, man braucht nur guten Willen und... Also mir hat mal jemand gesagt, dass die Wahrheit eigentlich überall liegt. Sogar im Irrtum. Genau. Genau. Ja, das ist es, ja. Was man hier im 17. Jahrhundert in Frankreich nicht begriffen hat. Als man geglaubt hat, man könnte so ohne weiteres in der Wahrheit leben und den Irrtum einfach vermeiden. Das ist unmöglich. Ja. Warum hat es Kant gegeben? Warum hat es Hegel gegeben? Warum hat es überhaupt die deutsche Philosophie gegeben? Damit man versteht, dass man durch den Irrtum gehen muss, um zur Wahrheit zu gelangen. Ja. Ja. Und was sagen Sie über die Liebe? Müsste die Liebe nicht das einzig Wahr sein? Ja. 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 Man weiß man nicht, was man liebt. Man kennt paar Brocken. Man begaunert sich und sagt, das liebe ich. Das ist oft ziemlich undurchsichtig. Aber um dahin zu kommen, sich völlig seiner Person gemäß einzurichten, einfach mit dem, was man liebt, dazu gehört Reife. Danach muss man suchen. Das ist die Wahrheit des Lebens. Deswegen ist die Liebe so eine Lösung, aber nur unter der Bedingung, dass sie wahr ist. Das ist die Wahrheit des Lebens. 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 Und die Drogen war, die Drogen war. Aber was dieses Drogen? Ja, was du an dir in den Mund? Das ist die Wahrheit des Lebens. Und sie sind die Wahrheit des Lebens. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh.